Ich bin Bettina Stag-Watzinger, ich bin parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag und das ist mein Präter-Porträt. Ich rufe auf die Rednerin Bettina Stag-Watzinger für die Freien Demokraten und möchte darauf hinweisen, dass es ihre erste Parlamentsrede ist. Es war Dienstagmittag, Fraktionssitzung und es hieß, du redest am Donnerstag. Es ist das einzige Mal, dass man sagen kann, was man will und trotzdem Applaus bekommt. Und was mich gefreut hat, das ist eigentlich immer so mein Ziel, dass auch Stimmung ist. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Nein, Frau Kollegin, in allem Ernst. Das Sondierungskapier erinnert an einen Satz von Mark Twain. Als wir die Richtung verloren hatten, verdoppelten wir die Geschwindigkeit. Das kann nicht der Weg sein, meine Damen und Herren. Parlamentarische Geschäftsführer unterstützen den Fraktionsvorsitzenden in seiner Arbeit und ich bin sozusagen für Rekrutierung, Weiterbildung, alles, was rund um Personal und Gremien zu tun hat. Dafür bin ich zuständig. In den Sitzungswochen verbringe ich in dem Büro eigentlich abends am meisten Zeit. Aber tagsüber ist man eigentlich in den unterirdischen Gängen des Deutschen Bundestages. Der Tag ist sehr durchgetaktet mit vielen Gesprächen und abends ist die Zeit, das alles dann mal zu verarbeiten und weiterzuentwickeln. Politik spielt in meiner Familie mittlerweile eine große Rolle, weil natürlich Politik nie aufhört. Man kommt nach Hause und man ist von der Sitzungswoche noch erfüllt und muss darüber reden oder man bekommt Fragen gestellt. Als Frau Karriere zu machen bedeutet, dass man eine Familie hat, die extrem tolerant ist, die darauf verzichtet, dass man an Abenden und an Wochenenden zu Hause ist und die einem den Rücken stärkt. In der Wirtschaft ist es, glaube ich, ähnlich. Es gibt ja mehr Thomas und Michael in deutschen Vorständen als es Frauen gibt. Und da ist es eher die Aufmerksamkeit und ein Umdenken, um auch die Bedürfnisse der Frauen wahrzunehmen und auch diese Diversität nicht nur aufs Papier zu schreiben, sondern auch zu leben. Wie war die Frage nochmal? Was würde ich meinem 18-jährigen Ich raten? Ich würde mir ein Herz an Simone de Beauvoirs Aussage nehmen. Frauen bekommen das, wonach sie fragen, nämlich nichts. Also, auf in den Wettkampf, die eigenen Forderungen stellen und wenn man hinfällt, Krönchen wieder aufsetzen und weiter geht's. Die größte Herausforderung in Deutschland ist, glaube ich, unsere Einstellung, unsere Haltung. Wir haben viel zu viel Bedenken, dass etwas schief geht. Wir müssen mutiger sein, dann stehen wir uns auch weniger im Weg. Kinder fragen bis zu 400 Fragen am Tag. Warum? Eine Frage, die einen als Eltern manchmal quält, aber diese Neugier müssen wir uns behalten. Und deswegen müssen wir ja in unser Bildungssystem investieren, aber vor allen Dingen müssen wir uns überlegen, welche Bildung brauchen unsere Kinder heute, damit sie die Zukunft verstehen. Ich glaube, der Staat muss eher auch ein Partner sein für die Menschen. Wir zahlen viel Steuern, wir brauchen auch Menschen, die Steuern zahlen, aber wenn es um Verluste geht, wenn es um Risiken geht, da lässt der Staat uns manchmal allein. Wir müssen auch mal an die nächsten Generationen denken und ich glaube, im Augenblick verpassen wir unheimlich viel, unser Land zukunftsfähig zu machen. Wir müssen viel mehr den Menschen ermöglichen, dass sie Privatkapital haben, dass sie Vermögen aufbauen und das Altersvorsorgesystem so aufbauen, dass es in Zukunft auch nachhaltig ist. Okay, soll ich jetzt mal die ganz gleiche Geschichte erzählen, die ich damals erzählt habe? Ich habe einmal ein Geheimnis über mich verraten und es gibt eine Sache, die teile ich nicht. Und das sind weiße Gummibärchen oder Ananasgummibärchen. Oh, das riecht man doch. Oh, das riecht man doch.